Einmal einen richtigen Tatort besichtigen, hautnah einen exklusiven Einblick in die Arbeit eines Detektivs bekommen und die Techniken der Spurensicherung kennenlernen. All das und viel Interessantes aus dem Alltag eines Detektivs erfahren wir im Workshop von Alexander Schrumpf, dem Inhaber der Detektei Adler. Der Detektiv, ein privater Ermittler, der im Rahmen der Beweissicherung, beispielsweise durch Observationen, Recherchen oder Befragungen, gerichtlich verwertbares Beweismaterial zusammenträgt. Für Alexander Schrumpf bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten sein Tagesgeschäft. Das Schöne an dem Beruf ist die Vielseitigkeit. Das Arbeitsfeld ist wirklich riesig. Im Groben und Ganzen ermitteln und beobachten wir. Bei der Beobachtung gibt es natürlich auch ganz große Unterschiede. Oder ist man irgendwo im Auto und fährt wirklich jemanden nach, wie man das so kennt, so diese typische Observationssituation. Oder wir machen Ermittlungen und das ist natürlich ein Riesengebiet. Den interessierten Besuchern gibt er einen Einblick in die Techniken der Spurensuche und stellt einen Tatort nach, den es so in Wirklichkeit wohl eher nicht geben würde. Es ist natürlich unrealistisch, dass so viele Spuren an einem Tatort sind. Normal findet man eine Spur oder auch Spuren, die man so erstmal im ersten Moment gar nicht als solche wahrnimmt. Aber ich habe mir einfach mal, um dieses Beispiel zu gestalten, von jeder Sorte Spuren, die an einem Tatort vorkommen könnten, einzelne Sachen rausgepickt. Das sind größere Hauptgruppen. Zum einen lose Spuren, die am Tatort eingesammelt werden, wie man das so kennt vom Fernsehen, mit Pinzette in Asservatentütchen oder irgendwelche Eindrucksspuren, wenn man eine Werkzeugspur an einem Fenster oder einer Tür hat. Oder tatsächlich vielleicht den klassischen Schuhabdruck irgendwo in Erde, der dann mit Gips gegossen wird, bis hin zu latenten Spuren, die überhaupt erst richtig entwickelt und sichtbar gemacht werden müssen. Um das machen zu können, bedarf es nicht nur einer gewissen Erfahrung, sondern auch einer umfangreichen Ausstattung. Dutzende Utensilien für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Und manchmal auch mit einer eher überraschenden Anwendung. Ja, das ist eine kleine Auswahl von den Dingen, die ein Detektiv so brauchen könnte. Und man merkt immer wieder, man hat eigentlich doch wieder zu wenig. Dann fehlt hier das Fernglas oder so diese ganzen Utensilien, die man zum Beispiel bräuchte, wenn man jemanden verfolgt. Das ist jetzt schon sehr spurensicherungslastig bis hin zur Zahnbürste, um irgendwelche Spuren in Erde zu reinigen. Oder zum Beispiel auch Haarspray, was immer wieder ein Aufreger ist oder die Leute zum Schmunzeln bringt, mit dem man dann praktisch Spuren in Erde fixieren könnte. Dass man die mit Haarspray fixiert, das war mir nicht bewusst. Und ich bin gespannt, wenn wir gleich noch Fingerabdrücke machen, dass wir da vielleicht auch noch was lernen. Und wie man die am besten erkennt und sichert, ohne sie zu beschädigen oder gar unbrauchbar zu machen, ist von großem Interesse. Denn ein Fingerabdruck ist oft der wichtigste Hinweis auf den Täter. Jeder Mensch hat seinen eigenen, unverwechselbaren Fingerabdruck und kann mit diesem direkt in Zusammenhang gebracht werden. Auch Hildrud Wessel hat den Dreh schnell raus und entdeckt die Spuren am Wasserglas. Da war ich schon erstaunt, dass das so schnell geht, so zügig geht. Also ich habe es auch selber sofort gesehen, war zwar nicht so komplett, nur so von der Seite, aber das war recht gut zu erkennen. Beispiele und Anekdoten aus seinem Detektivalltag sorgen für eine heitere, manchmal überraschende, aber insbesondere unterhaltsame Stimmung. Die zum Nachfragen und Nachdenken anregt. Dabei räumt Alexander Schrumpf auch einmal mit den zahlreichen Vorurteilen und Klischees seines Berufsstandes auf. So ein typisches Klischee ist natürlich, dass der Detektiv hinter fremdgehenden Ehemännern herläuft. Es sind tatsächlich in den Anfragen viel mehr Frauen, die diese Aufträge erteilen als Männer, sogar über 90 Prozent. Und das ist natürlich so eine Sache, wo man sich auch wirklich fragen muss, ist das die richtige Arbeit für einen Detektiv? Hat ein Detektiv was in einer privaten Beziehung zu suchen? Vor allem seitdem dieses Scheidungsrecht Ende der 70er Jahre revidiert wurde und nicht mehr schuldig geschieden wird, sondern es gibt jetzt dieses Zerrüttungsprinzip und eigentlich ist so eine Ermittlung vollkommen ohne Aussagekraft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.